und willkommen zu diesem neuen video hier auf diesem wunderschönen kann heute werde ich euch ein paar hosen von mir vorstellen also meine top hosen es sind top 5 wir haben fünf hosen die ich so gerne an cd wo die qualität gut ist und der preis auch nicht schlecht dass ich die erste hose in einem eisblor wie ihr sehen könnt von der farbe von der marke h&m freunde eine neue hose slipfit haben wir hier 32 32 made in bangladesh ihr wisst ich bin kein fan von made in bangladesh und damit in china er so europa bereiche sind für mich viel besser kommen wir zur dose von der wir sehen können ganz ganz normal alles geschnitten die hose ist ein bisschen nur ein bisschen zu eng ja ich würde es hier locker machen ich weiß nicht wie aber ich will es hinkommen so ihr seht ihr es ist schön elastisch eine schöne hose hier unten müsste ich sie zum schneider bringen und ungefähr so ein stück also so ein stück muss unbedingt abgesäbelt werden sonst ist die hose mir zu lang das schaut dann nicht so gut aus ansonsten kostenpunkt bei dieser hose glaube ich 35 euro ihr könnt die hose bei h&m euch schnappen 35 euro für diese hose ist jetzt nicht viel ist okay ihr wisst auch der hat nicht immer die geilste qualität kommen wir zu der zweiten hose die zweite hose ist diese hose hier die ist ein regular wird in der größe auch 32 32 sie ist sehr sehr schön auch schön elastisch nicht so elastisch wie die erste hose aber diese hose ist sehr gut ich finde die recht sehr sehr nice so ein blau verwaschene ton haben wir hier typisch für h&m haben wir hier reißverschlüsse natürlich ja von innen haben wir hier so ein verwaschendes lila mäßig keine ahnung was das sein soll hinten haben wir natürlich taschen hier zwei stück ja bei der hose kann ich nicht wirklich nichts bemängeln sie ist eine nice hose hier unten alles cool alles fit wird jetzt sehr sehr schön diese hose kostenpunkt bei dieser hose war glaube ich irgendwas mit 20 29 oder 30 euro ich bin mir da nicht mehr sicher die war runter gesetzt worden bei h&m ja also wenn ihr ein bisschen becky mäßige hosen haben wollt dann wollte ich diese regeln fit also was heißt begeben sie sind nicht so krass begeben mäßig wie sie das normal ist also ich meine erste zeit ein bisschen lockerer als diese slim fit hosen nächste hose ist von der marke biga door wirklich eine sehr sehr nice hose ich habe es auch sehr schön in einem b das ist die size 30 freunde made in türkei das heißt 30 was perfekt und make in türkei ist auch sehr sehr schön gut elastisch hier schöne hose sie ist wirklich sehr sehr schön hier unten und sagen dann hast du ein riss nicht ein riss sondern ein jahr drin der schuh der schuh der schuh die hose steckt schön auf den schuh wirklich sehr sehr schön bügelt ist ja noch nicht gebügelt weil ich mich angezogen habe ja eine sehr sehr leichte kostenpunkt war glaube ich 80 oder 70 euro ich weiß nicht mehr ganz genau ihr müsst auf der seite mal nachschauen und ihr habt ihr auch noch gibt es das weiß ich auch nicht vielleicht sie schon ausverkauft aber ihr wisst schon regator hat er eine neue kollektion von der neugrissen haben wir so eine geholt damit zwei geholt aber die eine hat nicht gepasst aber diese muss ich ja dass sie gleich sehen werden wir haben wir die neue hose von pekador richtig schön da ist elastisch in einem europäischen grau finde ich sehr schön hier haben wir das pekador eingestrickt bin ich auch sehr sehr schön ja hier haben wir knopfleisten hier über dort ein klima knopfleisten also bis jetzt die hosen die ich mir holt da waren immer mit knüpf hier nirgendwo ist 31 auch make in der tg bin ich auch sehr sehr gut freunde hier unten haben wir schöne details ein schönes detail hier kann man diese hose so lassen so oder du machst du komplett einmal hier auf einen moment dieses team wiederum hier machst du es einmal komplett auf jetzt aufgehen würde als ich aufschluss hier machst du es einmal komplett auf und hast die hose natürlich ein bisschen breiter ist die hose schön auf den schuh steckt finde ich auch wirklich sehr sehr nice und kein bock mehr hast du einfach zu und fertig ist ja die hose ist wirklich sehr sehr schön freunde wirklich eine sehr sehr leise hose schön schöne verwaschung schöne farbe grau passt zu diesem besser besser grau passt zu diesem wetterverhältnissen freunde wirklich sehr sehr schön ja vorhin das waren meine vier hosen ich habe noch eine hose eigentlich sind zwölf hosen aber die hosen haben gerade an hier die sieht man gerade nicht ich sage euch jetzt mal hier ein bild das ist diese schwarze hose die hose habe ich auch von h&m das ist auch eine regula fit auch 32 32 sehr sehr nice ja freunde die hose ist wirklich sehr sehr schön also diese regula fit von h&m finde ich sehr sehr nice die sind sehr gut die sind was heißt sehr gut sind halt für den preis ganz ganz okay so freunde ich würde sagen nicht vergessen den kanal zu abonnieren like dieses video schaffen wir dieses jahr noch die 600 abonnenten würde mich wirklich sehr sehr freund freunde und es wird im nächsten video ein gewinnspiel geben also nicht vergessen im nächsten video am nächsten samstag gibt es ein gewinnspiel für euch freunde ich hoffe wir haben die 600 abonnenten schon geknackt also am samstag ihr wisst was ich meine passt euch auf wir sehen uns zu einem weiteren video am samstag nicht vergessen gewinnspiel ja abonnieren nicht vergessen leiden nicht vergessen und schreibt doch gerne in die kommentare wie ihr die hosen gefunden habt wer Bock auf diese hose hat mir unten in die kommentare schreiben ich will diese diese hose haben dann versuche ich die hose noch zu finden ja da schicke ich sie ihnen per link oder per irgendwas ja 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 ja